Hallo und seid mir herzlich willkommen zurück zu Dragon Age Inquisition. Ja, nach dem kleinen Ausflug, uch, was hat's dir geleckt? Nach diesem kleinen Ausflug nach Valroyo sind wir jetzt wieder in Haven angekommen und zuallererst wollen wir mal gucken, ob wir denn hier noch irgendwas machen können. Ich glaube nicht, aber naja, gucken kostet nichts und ich hüpfe natürlich. Warum? Wir haben eine neue Lieferung erhalten. Ja? Ihr bekommt alles, was ihr braucht. Ja, wunderbar. Eure Quartiermeisterin hat den Laden hier. Die haben eine neue Lieferung bekommen. Jetzt gucken wir mal, hast du hier irgendwas? Nee, hast du nicht. Lass mal gucken, was hast du eigentlich? Des Taktikers Erneuerung, was ist denn das? Ah, Lebenswächterheilung. Das ist dieses Amulett, okay. Gut, nicht gut zu wissen, was der das hat? Und jetzt lass mal gucken. Oh, nein, nicht schießen. Oh, Mensch, Aaron. Das ist immer, wenn ich gerade angefangen habe. So, mal gucken, können wir irgendwas Neues machen? Nö. Okay, dann lassen wir das auf. Wir werden schon finden. Wir gehen jetzt zum Kartentisch. Würde ich vorschlagen. Vielleicht sollten wir uns kurz mit Josephine unterhalten, nachdem wir jetzt in Valeroyau waren. Vielleicht hat die irgendeine neue Idee. Die gefällt mir übrigens ausnehmend gut. Muss ich ganz ehrlich sagen. Ich finde auch, dass die eine tolle Stimme hat. Ich vermisse ja bei Liliana einfach Marion von Stengel. Es tut mir leid. Egal, wie gut Magdalena von Turba spricht, aber sie ist einfach keine Liliana. Da kann ich nicht drüber fertig werden. Also, sie macht es wirklich gut, die Turba, aber nein. Ach, sorry. Marion von Stengel ist einfach Liliana. Und da geht kein Weg dran vorbei. Gut, die war vielleicht anderweitig beschäftigt. Hallo. Ja, wir kehren zurück. Klar. Ah, Josephine. Gut, wir haben Kontakte aufgenommen. Ja, gut, wir haben Kontakte aufgenommen. Er hat den Orden irgendwo hingeführt, aber was hat er vor? Die Berichte dazu waren sehr seltsam. Wir müssen der Sache nachgehen. Ich bin sicher, dass nicht alle im Orden den Lordsucher unterstützen. Davon würde ich mal ausgehen. Oder der Herold trifft sich stattdessen einfach mit den Magiern in Redcliffe. Denkt ihr, unter den aufständischen Magiern herrscht eine größere Einigkeit? Das könnte zehnmal schlimmer sein. Naja, die waren sich ja schon vorher nicht einig. Da gab es, glaube ich, drei verschiedene Strömungen. Wir haben das auch mal ganz kurz in dem Gespräch mit dieser Magierin an der Wegkreuzung schon erwähnt. Auch die Magier waren sich im Vorfeld nicht einig. Vielleicht noch zu Kallen. Ich weiß gar nicht, ob es alle wissen. Kallen ist ein Charakter, ein Templer, der zieht sich eigentlich von Dragon Age Origins durch. Der war Templer im Zuckel von Ferelden und hat da erlebt, wie ein Dämon quasi den ganzen Zuckel ausgehoben hat. Er war in Marta, also unsere Wächterin, war er verliebt. Und in Dragon Age 2 war er ein Hauptmann. Und Hawk und er waren am Ende eigentlich ganz gut miteinander, waren befreundet. Also er ist jetzt kein Hardliner. Klar, er ist Templer und die Magier sind ihm sehr suspekt, aber er ist kein hundertprozentiger Hardliner. Das muss man schon mal sagen. Okay, denkt ihr, ich glaube, wir reden mit den Magiern. Ich könnte zumindest in Erfahrung bringen, was die Magier wollen. Genau. Dasselbe, was sie immer wollten. Unterstützung für ihre Sache. Ah ja. Wir sollten Redcliffe nicht ignorieren. Sehe ich so, danke. Die Magier könnten das Risiko wert sein. Sie sind mächtig Botschafterin, aber verzweifelter als ihr Arndt. Hm, na gut, aber sie könnten nützlich sein. Seit dem Tod der Göttlichen suchen sie vermutlich verzweifelt nach Verbündeten. Wenn einige der aufständischen Magier für den Zwischenfall beim Konklave verantwortlich waren, dasselbe könnte man auch über die Templer sagen. Mhm. Das stimmt allerdings. Ich bin im Moment nur nicht sicher, ob wir genug Einfluss haben, um gefahrlos an den Orden heranzutreten. Dann braucht die Inquisition eben an noch mehr Orden, Spione. Genau. Darum könnt ihr euch kümmern. Gute Idee. Wir besprechen in der Zwischenzeit unsere anderen Möglichkeiten. Da wäre noch etwas. Vor einigen Monaten verschwanden die grauen Wächter Fereldens. Also benachrichtigte ich die Wächter in Orlais, aber die sind ebenfalls verschwunden. Für gewöhnlich zöge ich niemals in Betracht, dass sie in dieser Sache verstrickt sind, aber der Zeitpunkt ist seltsam. Das klingt verdächtig, finde ich schon. Das klingt in der Tat merkwürdig. Die anderen schenken meinem Verdacht keine Beachtung, aber ich kann das nicht ignorieren. Vor zwei Tagen hörten meine Spione in den Hinterlanden von einem grauen Wächter namens Black. Wenn es eure Zeit erlaubt, sucht ihn bitte. Vielleicht kann er meine Bedenken zerstreuen. Und wenn nicht? Dann zieht vielleicht ein stärkerer Sturm auf, als wir dachten. Oh oh, nicht noch eine Verderbnis. Okay, die grauen Wächter. Mutter Giselle, Einfluss, ein bisschen Einfluss dazubekommen. Unsere Inquisition, da drüben ist ein Quest. Ach, der ist draußen, okay. Wir reden nochmal mit Josephine und Macht zwei dazubekommen. Vielleicht sammeln wir jetzt erstmal unsere Gefährten ein. Na, Josephine... Ähm, nee. Blackwall, genau. Hallo. Wir forschen nach. Haben wir das schon gemacht, Leute? Ich glaube nicht. Eliane hat das Spiel damals ausgesprochen gut beherrscht. Das Spiel? Was ist das Spiel? Was genau meint ihr, wenn ihr das Spiel sagt? Ach, bitte verzeiht. Das Spiel bezeichnet die langsamen Duelle um Einfluss, die die Adeligen und Mächtigen in Orlais untereinander auswechten. Der Name ist ein wenig fröhlich für das, was er bezeichnet. Aber die Orlaisianer mögen es nun mal, den Dingen einen spielerischen Anschein zu geben. Mhm. Das ist also hinterfotzige Politik, das Spiel. Ähm, was hat euch hierher geführt? Erzählt mir nochmal, wie es kommt, dass ihr für die Inquisition arbeitet. Genau. Das fragen wir noch einmal und dann... Ich hatte bereits erlaubt, meine Stellung in Antiva aufzugeben und mir eine neue Herausforderung zu suchen, als ich von Liliana angeworben wurde. Es gibt in Thedas so viele Unruhen und die Inquisition scheint mir eine vielversprechende Möglichkeit zu sein, sie zu beenden. Es wäre zu jedermanns Vorteil, wenn wir verhindern, dass sich der Konflikt zwischen Magiern und Templern weiter ausbreitet. Okay, ihr wollt also Orden. Es war also die Aussicht auf Stabilität, die euch hierher geführt hat? Noch haben wir die gesamten Auswirkungen des Magieraufstandes nicht zu spüren bekommen. Und das war vor dem Tod der Göttlichen. Die Gewalt muss eingedämmt werden, bevor sie sich zu einem ausgewachsenen Krieg ausweitet. Ja gut, dem stimme ich definitiv zu. Ich kann mir gut vorstellen, welches Blutvergießen uns droht, wenn die Lage noch weiter eskaliert. Ich fürchte, die Geschichte ist voller Beispiele für das, was geschehen wird, falls es dazu kommen sollte. Mhm, gut. Okay, gibt es sonst was zu berichten? Wie sehen uns die Leute? Trotz unseres Ansehens besitzen wir kaum feste Verbündete. Ja, das müssen wir ändern. Daran müssen wir etwas ändern. Okay, und wie sehen uns unsere Verbündeten? Was haltet ihr von den Leuten hier? Wen genau meint ihr? Ja genau, reden wir über unsere Krieger. Cassandra. Ich dachte an Cassandra. Sucherin Pentagast ist eine Prinzessin des Königreichs Nevara, auch wenn das für sie offenbar ohne Bedeutung ist. Als ich sie fragte, ob wir ihre königlichen Bande für uns nutzen könnten, hat sie das abgelehnt. Nach dem, was sie uns erzählt hat? Doch, wäre die Inquisition ohne Cassandra niemals entstanden. Sie ist eine Frau von außergewöhnlicher Willensstärke. Okay, dann noch Kallen. Ich hatte Kommandant Kallen im Sinn. Der Kommandant ist ein intelligenter, umsichtiger Mann. Ich bin dankbar, dass er das Kommando über unser stehendes Heer hat. Dennoch erscheint er mir manchmal wie der Mann mit dem Hammer, der in allem einen Nagel sieht. Er muss ja als Krieger, oder? Okay, und was ist mit unseren Schurken? Gut, wir haben ja noch nicht alle beisammen, aber macht nichts, wir fragen trotzdem. Varric. Ich dachte an Varric. Oh, ich könnte mir seine Geschichten stundenlang abhören. Ja, das ist wohl wahr. Er hat mich sogar im Kapitel seines neuen Buches lesen, dass sie... Meine Freundinnen wird es reingelassen, wenn sie das wissen. Entschuldigt. Es ist brillant, aber ein wenig anders als seine früheren Werke. Es gab bisher nur drei Enthauptungen. Oh, das geht ja noch. Nur drei Enthauptungen. Ja, Wahnsinn. Okay. Was ist mit unseren Magiern? Solas. Welchen Eindruck habt ihr von Solas? Oh, mit dem müssen wir reden. Ich schätze, ich sollte mich vor einem Abtrünningen vorsehen. Aber das Verhalten unseres Elfenmagiers zeugt von höchstem Anstand. Und seine Geschichten sind so unglaublich faszinierend. Okay, dann lebt mal wohl. Genau. Ja, ja, ich weiß. So, dann gucken wir mal, ob wir da was abgeben können. Ich weiß es gar nicht. Haben wir nicht. Okay. Dann würde ich vorschlagen, dass wir mit Solas sprechen. Das sollten wir tun. Ja, das ist wahr. Und vielleicht diesen Quest da draußen holen. Und da sehe ich einen Questmarker. Hallo, wer bist denn du? Oh, okay. Und wer seid ihr? Wer seid ihr, Soldat? Mhm. Ah. Und noch ein Gefährte. Und seht uns bei der Arbeit zu. Okay, wir forschen nach. Erzählt mir von eurer Truppe. Was können eure Sturmbullen der Inquisition anbieten? Wir sind loyal, wir sind zäh und wir brechen keine Verträge. Hört euch um in Valroyo. Wir haben Referenzen. Naja, ob das Gute sind, Valroyo, dieser Sündenhort? Okay, und warum seid ihr hier? Warum schickt euch euer Kommandant mit dieser Nachricht zu uns? Der eiserne Bulle will für die Inquisition arbeiten. Er findet, ihr leistet gute Arbeit. Okay, dann erzähl mir mal von eurem Anführer. Was muss ich über euren Kommandanten wissen? Über den eisernen Bullen? Er ist einer dieser Kunari. Ihr wisst schon, diese großen Burschen mit den Hörnern. Kusit. Er kämpft immer an vorderster Front. Er bezahlt gut. Und er ist wesentlich klüger als der letzte Bastard, für den ich gearbeitet habe. Und was das Beste ist, er hat Prinzipien. Wir arbeiten für jeden, der uns ein vernünftiges Angebot macht. Das sind vielleicht Prinzipien. Bei euch hat er sich entgegen seiner Gewohnheit zum ersten Mal für eine Seite entschieden. Okay. Gut, wir nehmen die Hilfe natürlich an. Ich freue mich schon, diesen eisernen Bullen kennenzulernen. Wir sind die Besten, die ihr kriegen könnt. Man soll ja Hilfe nicht ablehnen. Und von daher glaube ich, sollen wir erstmal Gefährten einsammeln. Aber ihr wisst, dass wir wieder zurückgehen zu... Achso, dann lass uns da noch kurz gucken, genau. Ihr wisst natürlich schon, dass wir zurückgehen in die Hinterlande. Hinterlande. Nix. Nix, nix, nix. Okay. Dann gehen wir jetzt noch mit Solas sprechen, nachdem wir ja dieses Elfenrelikt gefunden haben. Wäre es vielleicht interessant... Ups, da geht's rum. Wäre es vielleicht interessant, mit ihm nochmal ein paar Neuigkeiten auszutauschen. Jetzt bin ich doch falsch gelaufen. Ich bin doch doof. Da geht's hoch, genau. Okay, Solas. Wir müssen reden. Definitiv. Komm mal her, Freund. Halt, renn nicht weg. Och, Mensch, Junge. So, komm. Hallo. Och, erzählt mir von euch. Komm, wir klicken es mal an. Ich würde gern mehr über euch erfahren, Solas. Warum? Weil ich ihn respektiere. Ihr seid ein Abtrünniger, aber dennoch habt ihr eure Freiheit aufs Spiel gesetzt, um der Inquisition zu helfen. Kein besonders weiser Entschluss, wenn man es so betrachtet. Oh, na doch, komm. Ich schätze eure Arbeit, Solas. Ich wüsste einfach nur gern mehr über euch. Verzeiht mir. Angesichts der Furcht, die in der Luft liegt. Was wollt ihr wissen? So, dann forschen wir mal nach. Genau, wo habt ihr studiert? Ihr habt gesagt, ihr werdet an viele verschiedene Orte gereist. Die Welt oder die Erinnerung an sie wird im Nichts reflektiert. Träumt in alten Ruinen und ihr seht vielleicht eine Stadt, die längst versunken ist. Einige meiner schönsten Erinnerungen fand ich in verfallenen Städten, die schon lange keinen Schatzsucher mehr anlockten. Am besten sind die Schlachtfelder. Dort drücken die Geister so vehement gegen den Schleier, dass ihr ihn mühelos durchschreiten könnt. Und welche Schlachtfelder zum Beispiel? Denkt ihr dabei an ein bestimmtes Schlachtfeld? Ich träumte in Ostagar, war Zeuge der Brutalität der dunklen Brut und des Heldenmuts der Fereldischen Krieger. Ich sah, wie Alistair und die Heldin von Ferelde das Signalfeuer entzündeten. Okay, dann erzählt mir mal, was passiert ist. Das ist eine kleine Geschichtsstunde für Leute, die es vielleicht nicht kennen. Ich kenne die Geschichten. Es wäre interessant zu hören, wie es tatsächlich war. Genau darum geht es. Im Nichts sehe ich Reflexionen erschaffen von Geistern, die auf die Gefühle der Krieger reagieren. In einem Moment sehe ich heroische Wächter, die das Feuer entzünden und einen machthungrigen Unhold, der mit höhnischem Grinsen König Caelan verrät. Loghane. Dann sehe ich plötzlich eine geschlagene Armee und einen kampfverprobten Kommandeur, der sich weigert, noch mehr Soldaten sinnlos zu opfern. Okay. Und ihr könnt nicht sagen, was real ist? Es ist das Nichts. Sie sind alle real. Okay. Das heißt, das Nichts ist quasi nur eine Reflexion der Möglichkeiten oder der Beweggründe. Naja, gut, wir werden nachforschen. Und wieso studiert ihr das Nichts? Was hat euch bewogen, das Nichts zu studieren? Ich wuchs in einem Dorf im Norden auf. Dort gab es nicht viel, was das Interesse eines Knaben wecken konnte, der noch dazu von Magie beseelt war. Und ein Elf. Aber wenn ich schlief, gewährten mir die Geister des Nichts Einblicke in Wunder, die ich mir nie hätte vorstellen können. Ich schätzte meine Träume. Wach zu sein, dem Nichts entrissen, war eine Qual. Das klingt gefährlich. Klingt das gefährlich? Sollen wir das mal sagen? Nee. Nein, wir forschen weiter. Obwohl, vielleicht zählt er dann mehr. Na, wir versuchen es einfach mal. Haben die Geister euch verführt? Nicht mehr als euch eine bunte Frucht verführt, sie zu essen. Okay. Ich lernte mich gegen die aggressiveren Geister zur Wehr zu setzen und mit dem Rest friedvoll zusammenzuwirken. Ich lernte meine Träume bei vollem Bewusstsein zu kontrollieren. Es gab schließlich so viel, was ich erkunden wollte. Aber dann seid ihr aufgewacht? Genau. Ich nehme an, ihr habt nicht euer ganzes Leben mit Träumen verbracht. Und seid ihr deshalb hier? Habt ihr euch deshalb der Inquisition angeschlossen? Stimmt. Ich habe mich der Inquisition angeschlossen, weil wir alle in schrecklicher Gefahr sind. Wenn unsere Feinde die Welt zerstören, könnte ich meinen Kopf nirgends mehr ablegen, während ich vom Nichts träume. Okay, ich hoffe, das funktioniert. Na, dann viel Glück. Danke. Die Wahrheit ist, ich habe es genossen, mehr vom Leben zu erfahren, um mehr vom Nichts zu ergründen. Mhm. Inwiefern? Ihr trainiert, um euer Ziel mit einem Dolch oder Pfeil zu treffen. Die Anmut, mit der ihr euch dabei bewegt, ist nur ein angenehmer Nebeneffekt. Ihr habt einen Weg eingeschlagen, dessen Mühsal ihr nicht scheut, weil er euch an ein erbauliches Ziel führt. Genau wie ich. Das ist bestimmt wieder so eine Flirtkiste hier, mein Nebeneffekt, genau. Ach, Solas. Sollen wir mal fragen, ob er mit jemandem arbeitet? Da ist er bestimmt wieder stinkig. Ja, kann uns da jemand helfen? Die Geistern der Weisheit zum Beispiel. Sie sind besessen von altem Wissen und freudig bereit, alles, was sie gesehen haben, weiterzugeben. Auch Geister der Zweckmäßigkeit halfen mir. Selbst irrlichter, neugierig und verspielt, wie sie sind, wiesen mich zu schätzen, die ich übersehen hatte. Weisheit und Zweckmäßigkeit? Das ist echt spannend, Leute. Ich finde den Solas klasse. Sehr beeindruckend. Und das sind Dämonen. Ja, klar sind es Dämonen. Beides. Alles zusammen, alles zusammen. Mir gefällt mir. Gott. Sollen wir mal ein bisschen flirten? Ich habe echt nichts vor mit dir, mein Guter. Insofern lasse ich das. Ich habe nachher keine Lust, hier irgendwelche Eifersuchtsgeschichten flusszutreten. Das ist mir schon im Leben, im normalen Leben, furchtbar unangenehm und extremst lästig. Werde ich mir doch im Spiel nicht antun. Also flirte ich nur mit denen, die ich für eine Romanze in Erwägung ziehe. Und ich denke, ich muss euch nicht sagen, dass die Herren dazu nicht gehören. Wir werden selbstverständlich, wenn wir es schaffen und wenn überhaupt, eine lesbische Romanze spielen. Daran besteht kein Zweifel und das wisst ihr alle auch. So. Ja, Geister sind Personen. Wir tun ihn mal ein bisschen schmeicheln. So hatte ich das noch gar nicht gesehen. Jetzt habe ich es kapiert, wie der funktioniert. Ich danke euch. Nur wenige sind bereit, einen solchen Gedanken in Erwägung zu ziehen. Okay. Dann mach es mal gut. Wir unterhalten uns später. Ja. Wiedersehen. Wiedersehen. So, wo sind wir denn hin verschwunden? Das hat schon so lustige kleine Bugs. Ich muss mal kurz gucken, ob wir aufsteigen können. Ja, siehste? Genau. So. Taktiken. Aaron, du kannst aufsteigen. Fähigkeiten. Ein Punkt haben wir. Jetzt gucken wir erst noch mal beim Bogen, was wir da machen können. Hochspannung. Da, da. Wenn du mit Sprungschuss triffst, kannst du den Schwung deines Sprunges nutzen, um den Bogen stärker zu spannen. Sobald du wieder auf die Beine kommst. Wann auch immer dein nächster Angriff erfolgt, er wird dein Ziel zu Boden werfen. Schadensbonus 200, das ist nicht schlecht. Kettenreaktion. Explosiver Schuss erfüllt die Luft mit Splittern und setzt eine tödliche Reaktion im Gange, die umso höheren Schaden verursacht, je mehr Gegner in der Nähe sind. Das ist eigentlich auch nicht schlecht. Dann nehmen wir erst mal das. Aber wartet mal. Lass uns noch mal kurz zurückgehen, weil wir sollten uns vielleicht auch mal darum kümmern hier. Entrinnen. Wenn dich deine Gegner nicht sehen, können sie dich auch nicht treffen. Dein irreführender Kampfstil eröffnet dir die Möglichkeit, gegnerischen Angriffen unversehrt zu entgehen. Entschuldigt. Leicht zu übersehen. Das machen wir später, Leute. Wir verbessern jetzt erst mal den Bogen. Genau. Und wir nehmen die Kettenreaktion. Komm. So. Anwenden. Dann haben wir ja jetzt noch die Nächsten. Varric kann auch. Varric. Warte mal. Nadelkissen. Wenn der erste Fall deinen Gegner nicht niederstreckt, dann vielleicht der zehnte. Jeder aufeinanderfolgende Treffer mit einem Bogen fügt dem Ziel zunehmend höheren Schaden zu. Das nehmen wir bei ihm. Cassandra. Mach ich automatisch einen Stufenaufstieg. Tut mir leid, Leute. Ich kann einfach mit diesen Kriegern nicht viel anfangen. So, Lars. Da hat man mir den Tipp gegeben. Was ist denn das? Elegante Verteidigung. Du hast gelernt. Barrieren mit einer stabilen... Jedes Mal, wenn eine von dir gewirkte Barriere erlischt wird, wird die Regenerationszeit der Fähigkeit verkürzt. Man hat mir gesagt, ich soll ein bisschen mehr Geist. Skillen, dann machen wir das auch, oder? Lass mal kurz gucken, was haben wir hier? Barriere bannen. Du befreist Verbündete von gegnerischer Magie und Statuseffekten, während du gleichzeitig positive Effekte von Gegnern entfernst. Friedvolle Aura. Deine besänftigte Aura macht es unwahrscheinlich, dass du von Gegnern angegriffen wirst. Das gilt selbst dann, wenn du ihm Schaden zufügst. Barriere. Hallo, wieso kann ich denn hier wieder nichts anklicken? Zurück. Das müsste doch gehen hier. Hallo, zurück, sag ich. Ah. Ja, ich will weg. So. Okay. Wieder zu schnell geklickt, aber ist auch egal. So. Ihr Lieben, wir werden jetzt noch nicht die Gefährten holen, sondern wir gehen jetzt zurück in die Hinterlande. Und da werden wir versuchen, endlich, verdamm ich aber auch, endlich, ähm, genau, da gehen wir hin. Wir werden jetzt versuchen, ja, ich kann ja niemand anderen mitnehmen, noch habe ich ja nicht alle. Aber wir bleiben erstmal bei der Truppe und wir werden uns jetzt endlich diesen Wölfen annehmen. Wir müssen gucken, dass unsere Inquisition Pferde bekommt. Und bevor wir diese Quests nicht abschließen mit den blöden Wölfen, jetzt hoffe ich mal, wir bleiben diesmal auf dem Weg, definitiv. Vielleicht finden wir das dann eher. So, da gibt es wieder allerlei zu lesen. Also, das ist wirklich, suche während deiner Abenteuer nach Schatzkarten. Schatzkarten nutzen Sehenswürdigkeiten, um dich zu schätzen zu führen. Die Delish-Elfen. Ich weiß nicht, eine Million Textzeilen oder so, also alles in allem, das ist ein mächtiges Spiel. Alles lesen, das werde ich, wenn überhaupt, sicherlich nur in meinem privaten Spiel machen. Ihr könnt gerne unten in den Kommentaren, wenn ihr Fragen habt, einfach mal die eine oder andere Frage stellen. Ansonsten verweise ich einfach nochmal auf meine Infovideos, da habe ich relativ viel schon so verarbeitet. Das ist in der Playlist Warten auf Dragon Age Inquisition. Da kann man schon das eine oder andere mitbekommen. So ein bisschen die Zusammenhänge. Weil da jetzt alles vorzulesen... Ich spiele mal vier Jahre noch. Da kommt dann schon das nächste Dragon Age raus. Dragon Age 4. Bin ich gerade mit drei fertig hier auf dem Let's Play. So. Ja, diese Ladezeiten. Lästig, lästig, lästig. So, jetzt passt auf, Leute. Ich will jetzt... Warte mal. Schutz der Felder. Die Wachtürme haben wir gemacht. Genau, der Besend. Den haben wir ja eigentlich gefunden. Bringen wir den jetzt mit. Oder warte mal. Wo die Biesel ins Graben, wo die Biesel ins Grasen. Müssen wir den jetzt abholen. So, und da oben... Problem mit den Wölfen. Das werden wir jetzt definitiv... So, Problem mit den Wölfen. Das werden wir jetzt aktivieren. Das will ich haben. Aktivieren. So, und da liegt, glaube ich, auch noch eine Absicherung gegen Plünderer. Okay. Ich hoffe, dass wir jetzt... Können wir was inspirieren? Wandteppiche der Inquisition. Was soll ich denn mit Wandteppichen? Ähm... Komm, wir nehmen noch ein... Feuer mit. Ja. Mal gucken, die Blutlotisse. Irgendwann müssen wir wieder in das Lager, wo wir die gefunden haben. Jetzt laufen wir mal hier raus zum Lager. Weil wir müssen doch irgendwie da hinkommen. Und am besten bleiben wir einfach auf dem Weg. Könnt ihr mir vorstellen, dass das vielleicht Sinn macht? Da haben wir ja schon ganz gute Erfahrungen gemacht. Ich könnte natürlich reiten, aber ich will nicht reiten. Sondern ich will... Oh, da ist wieder so ein Füchslein. Hallo, Füchslein. Seht ihr ihn rennen? Da ist er. Hallo, mit deinen Riesenohren. So, lass mich mal gucken. Wir gehen da hoch. Oder? Geht da ein Weg hoch? Genau. Siehste, wir versuchen das so. Wahrscheinlich lande ich dann gleich wieder da, wo ich schon die ganze Zeit war. Lass mal gucken. Irgendwann muss es rechts gehen. Verflixte mal aber auch. Da sind die da... Ach, ihr könnt mich... Ich glaube, dass wir jetzt schon wieder in diesem blödsinnigen Lager landen. Ja, ist doch nicht zu glauben, oder? Wieso komme ich da nicht rum? Oder aber... Hm. Wir können hier den Fluss entlang. Und dann da hoch. Wäre natürlich auch eine Idee. Aber da geht es ja wieder nicht weiter. Und an diesen... Ja gut, da geht es wieder nicht weiter. Das ist doch nicht zu glauben. Jolina, Hork. Okay, dann versuchen wir es jetzt mal ganz anders. Wir versuchen mal, uns an diesem Riss vorbeizuschleichen. Vielleicht kümmern wir den jetzt mittlerweile auch an. Was haben wir eigentlich da oben? Waren wir da schon? Ich glaube, da waren wir auch schon. Und dieses Gebiet macht mich echt fertig. Hallo, wer seid ihr? Ach, das ist einer von den Wachtürmen. Ja, schön. Kann ich mit euch reden? Sarah? Ja, hallo meine Guten. Schön, dass ihr da seid. Hihi. Also die anderen Gebiete werden ähnlich groß sein. Das heißt, wir werden ähnlich chaotische Schwierigkeiten bekommen. Aber ich könnte mir vorstellen... Jetzt bin ich gleich wieder hier in den Hinterhöfen und im Lager. Ah, ist nicht zu glauben. Nicht zu glauben. Wir nehmen wieder ein bisschen Spindelkraut mit. Davon habe ich jetzt wirklich ewig viel, glaube ich. Und latschen da raus. Irgendwo... Irgendwie müssen wir doch da hinkommen. So. Yes. Da ist dieser Riss. Können wir da hochholen, dass wir uns mit denen beschäftigen müssen? Das werden wir gerade mal feststellen. Ich meine, wenn das eine Klamm ist, sollten wir doch da hochkommen, oder? Komm, lauf. Weil ich will jetzt mit denen nichts zu tun haben. So, dann sind wir in dem Gebiet, in dem wir, glaube ich, noch nicht waren. Jetzt müssen wir links rum. Doch, da war man natürlich schon. Da ist dieses blöde Bisente. Da eine Höhle. Nö. Okay. Himmel, Herrgott, Sakrakut, Zifix, Türken. Wieso finde ich dieses Schwachsinnsgebiet nicht? Ja, ich weiß, dass da irgendwo das Bisente ist. Jetzt latschen wir da nochmal durch. Hallo, mein gutes Tier. Ja. Hallo, mein gutes Tier. Wir bringen dich schon irgendwann zurück. Keine Angst. Nehmen wir die Elfenwurzel mit. Sollen wir mal kurz auf die Karte gucken. Da müssen wir doch hier durchkommen können. Verflixt aber auch. Die Elfenwurzel nehmen wir auch mit. Also wir sind, hier waren wir ja überall schon. Mensch. Geister. Irgendwann müssen wir doch da links können, oder? Das kann doch nicht wahr sein. Ach, ihr schon wieder. Können wir da rum? Lass mal gucken, wo wir dann landen, wenn wir hier rumlaufen. Ah. Sieht das gut aus? Das sieht nicht ganz schlecht aus. Ach, da bist du schon wieder. Ach, warte mal. Hüpfen? Muss doch da irgendwie hochkommen zum Kuckuck aber auch. Varric, geh weg. Geh weg, Varric. So. Oh. Dann latschen wir halt hoch. Ja, dann laufen wir halt so. Solas, geh mir aus dem Weg. Ist der Solas eigentlich barfuß? Ja, tatsächlich. Ich habe keine Ahnung, wie man da hinkommt zum Kuckuck aber auch. Ja, dann töte mich mal. Ja, tötet sie alle, sehe ich auch so. Und? Oh Mann. Oh, jetzt bin ich hier mal eine Runde. So, dann haben wir euch schon alle, oder? Oh Gott, du kleines, großes Bison, wie so ein Tier. Aber ihr habt mir ja geschrieben, dass auch ihr Probleme hattet zu finden. Lass mich mal anders ausrichten. Plündern. Ich verstehe es nicht. Ich verstehe es nicht. Ich verstehe es nicht. Ja, da waren wir überall schon. Mensch, wie lästig. Die Höhle. Hinter der Höhle rum. Dann versuchen wir es mal hinter der Höhle. Aber ich glaube, das hatten wir auch schon. Durch die Höhle durch geht, glaube ich nicht. Hm. Oh, ich hasse Gebirge. Also zumindest im. Was haben wir hier? Embryum. Nehmen wir mit. Straße nach Redcliffe. Ja, da waren wir auch schon. Da ist die Großverzauberin Fiona. Sollen wir mit der mal reden? Na gut, wir laufen die Straße nach Redcliffe einfach. Würde ich mal vorschlagen. Dann quatschen wir halt mit Fiona. Also immer vorausgesetzt, wir müssen da nicht gegen den Drachen kämpfen. Das werde ich nämlich nicht tun. Das, denke ich, ist viel zu früh. Aber wieso zum Kuckuck finde ich diesen Weg zu den Wölfen nicht? Ah. Schrecklich. Ich will, dass dieses verdammte Ding ständig überwacht wird. Beim ersten Anzeichen von Dämonen. Schlag die Alarm. Ah, schau mal. Da haben wir einen Riss. Einen Riss. Oh, komm. Und schnell dahin. Schnell. Ups. Komm, wir stören den Riss. Wir stören den Riss. Und dann machen wir hier mal den... Das ist immer gut, wenn man sich da erstmal... Komm her. Wo seid ihr? Und den Riss stören, den Riss stören. Energie stören. Nimm den... Bogen runter. Ja, das war jetzt nicht gut. Komm her, Riss stören. Wo bin ich? So, Riss stören. Lass mich in Ruhe. Komm her, Schrecken. Yes. Da haben wir sie. Komm, auf geht's. Yeah. Uh. Yes. Da haben wir ihn erledigt. Was war das? Wir wissen nicht, was diese Risse bewirken können. Dieser hier schien in seiner Umgebung die Zeit zu verändern. Nicht gut. Nicht gut. Was heißt das? Kommen wir jetzt da rein? Wer bist du? Oh. Danke. Genau darum habe ich gebeten. Jetzt wollen wir mal mit Fiona sprechen. Hallo, Fiona. Wir haben das Eintreffen der Inquisition angekündigt. Aber ihr solltet wissen, dass niemand hier draußen mit uns gerechnet hat. Niemand? Nicht einmal Großverzauberin Fiona? Nun, falls doch, hat sie es zumindest niemandem erzählt. Okay. Wir haben dafür gesorgt, dass euch die Taverne für die Verhandlungen zur Verfügung steht. Gut, dann gehen wir mal dahin. Zeitwerte, Vertreter der Inquisition. Magister Alexius trägt nun die Verantwortung. Aber er ist noch nicht hier. Wir erwarten Ihnen Kürze. Was? Ihr könntet euch in der Zwischenzeit mit der ehemaligen Großverzauberin unterhalten. Der ehemaligen? Was denn da jetzt passiert? Gab's da einen Machtwechsel? Der Schleier ist hier dünner als in Haven. Und er ist nicht nur geschwächt, sondern auch auf eine Weise verändert, wie ich es noch nie zuvor gesehen habe. Wir sollten mit der Großverzauberin reden. Das sehe ich auch so. Wo ist sie? Da, geradeaus durch. Mal gucken, ob wir sie schon erreichen können. Oder aber... Oh, guck mal, da sind ja auch die Andrastes Jünger. Beziehungsweise die... Wow, wow, wow. Also ich finde es wirklich toll gemacht. Ich kann es nicht anders sagen. Da ist wieder eine Elfenwurzel. Ach, was kommen wir lassen sie stehen. Da ist eine Quest. Wo ist die Quest? Ich will aber nicht mit irgendeinem, das sage ich euch gleich, nicht mit irgendeinem Drachen kämpfen. Definitiv nicht. Ach, die Quest ist wahrscheinlich da unten, genau. Okay, dann latschen wir jetzt mal runter. Ich denke... Redcliffe! Ja, Redcliffe. Ihr wisst, Dragon Age Origins, da hat ja Redcliffe eine nicht ganz unbedeutende Rolle gespielt. Da haben wir Connor, den Sohn des Arls, den haben wir gerettet vor einem Dämon. Und den Arl Imen, so hieß er, den haben wir überhaupt mal das Leben gerettet. Wo ist ein Quest? Wo ist ein Quest? Da oben irgendwo? Ich weiß nicht, ob ich noch mehr Queste annehmen soll, aber... Noch ein Quest? Geht mir mal aus dem Weg, ey! Quest, Quest. Oh, entschuldige, Solas, Geschichtenerzählerin. Was bist denn du? Schnellreise. Erzähl mir eine Geschichte! Genau, erzählt mir etwas über Redcliffe für alle, die die Origins nicht kennen. Ist das bestimmt interessant. Erzählt mir etwas über eure Leute. Oh! Ein Geist bliebe in einem kleinen See südlich des Hofwings. Die Mädchen des Dorfes bringen ihm Gänseblümchen und bitten um Liebe. Aber er hört ihnen kaum zu. Er ist nämlich ein Geist des Helden. Nicht der Liebe. Und als solcher bevorzugt er Blutlotus. Aha. Ein Geist im See. Bring einen Blutlotus zum See. Dann werden wir das tun, ihr Lieben. Und ich denke auch, ihr seht mit der Synchronisation, das ist wirklich toll gesprochen, aber da gibt es mehrere Probleme. Gerade eben hatte ich eine männliche Stimme. Und die NPCs sind unterschiedlich laut. Das macht es bei der Aufnahme wirklich, wirklich schwer, da die richtige Waage zu finden. Also wenn der In-Game-Sound nicht so optimal ist, wie es von meinen anderen Let's Plays gewöhnt sei, das liegt einfach daran. Es ist in dem Spiel schon schlecht ausgewogen. Ich habe keine Ahnung, ob man das patchen kann, aber wahrscheinlich wird man es nicht patchen. Egal. Aber deswegen, ich finde es schwierig mit dem In-Game-Sound. Ihr Lieben, jetzt aber machen wir Schluss. Wir sprechen das nächste Mal mit der Großverzauberin der Ehemaligen. Und jetzt wünsche ich euch einen wunderschönen Tag, einen schönen Abend und ein schönes Wochenende. Bis bald. Tschaui. Tschaui.